Hallo Leute, und wir spielen nun mal weiter... Wann hat's weiter mit Rai! Rai! Ja! Und wir sehen hier den Tipp des Tages! Wenn sie während des Spiels bei einem geöffneten Dialekt fällt... Blablabla Ja, und wir können weiter mit Spiel laden! Ich hab' ich Lust! Im Ernst! Ja... Ich hab' Lust! Ja, fangen wir an! Ich glaube, wir sind bei Parc... 25 Also das für Parc 25 Decke schon! Spiel laden! König... Lunario Das könnt ihr lesen! Erstens... Ich hab' keinen Bock zu lesen! Zweitens... Ich hab' keinen Bock zu lesen! Ja... Und viertens! 24 Juhu! Lass' meine... Leute los! Du Walik! Du Walik! So starke Binnen wirst ihr mich doch nicht angreifen! So diese Scheiße! Weg von meinem Turm! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wo ist der Fett da? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das hab' ich nicht gedacht! Das hab' ich nicht gedacht! Oh Gott! Schnell! Nein! Du nicht! Ja, scheiße drauf! Scheiß auf dich! Ja, mit einem Schlag alle tot. Okay. So. Ich werde von allen Seiten Attekt. Ich brauche Gold! Das ist nicht Tataratatatatat Anzende Schwerter Nichts, dass wir nicht tauschen Das ist nicht so gut Der wäre gut Aber wie? Wo? Ja, ich kann mich nicht schützen Das habe ich gemerkt Ich brauche Pferde Wie viele Oh, du hast überlebt Schön Komm, ich brauche noch Einmal Ich weiß, wie In das ich Schlecht spiele Aber Wenigstens kann ich spielen Denn Der Arschlo Hatte Zwei Warum hat der Zwei Turm Der Der Stufe Ja! Mein Held! Der meinen Namen trägt! Kein Nachbauer! Oh Gott! Weg! Weg mich! Komm! Komm! Du bist wichtiger! Komm, hier der Bonus! Ach, lieb mich! Geil! Ein Mann weniger! Ja! Falscher Knopf! Dann sind wir schwer, doch! So, jetzt geht's zum Angriff! Na, 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 na! Ich kann heilen! Heilen! So viele Truppen wegen einem Gegner! Ich bin schon Level Up! Tönchende Schwerter! Tönchende Schwerter! Tönchende Schwerter! Ich greife nicht mehr direkt an, weil meine Held kein Krieger ist! Und nein! Das war's! Das habe ich vergessen! Nein! Paladin! Ähm! Egal! Ich habe... Ich habe... Schlecht an Ork sind! Sie können nicht reparieren! Die größte Problemweise schussschuss! Oh, ich klicke irgendetwas. Rache! Na, die Troepern sind anget Troepern. Hey, die Geische. Du kannst, du kannst, du kannst, du kannst? Neuer Troepern sind angetropen? Auto die Geische. Oh Gott, ich habe Angst vor dem Ich habe Angst vor dem Ich habe Angst Fick dich Fick dich, oh Gott Nein, nein, nein Oh Gott Irland, Irland, Irland Oh Gott, ich habe Angst vor dem Ich habe Angst vor dem Was ist denn los? Was ist denn los? Das gehört mir! Stirb endlich! Stirb! 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 Stirb immer noch das Ding an! Wo ist der? Hallo? Hä? Da ist der? Hä? Hat er noch nicht? Hä? Oh doch! Merah! Danke, danke, danke! Und das ist alles was ich zeigen wollte! Ich bin Stufe 2 Stufe 2 Ich bin Stufe 2 Ihr wollt wissen, warum ich Intelligenz nehme? Wegen Manas! Ich brauche Manas! Meine Heilzauber! Könnt ihr mir sagen, was passiert wenn ich über... 10 bin 10 bin Zum Beispiel 20 kann man immer nur die gleichen Zauber Check das nicht Ich habe alles erreicht! Ich habe alles erreicht! Was soll ich nehmen? Den nehme ich raus! Ich nehme denn... ich bin ein Schleck! Ich bin ein Schleck! Schleck! Vielen Dank.